Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns gemeinsam sieben Tricks in SAP an, die das Arbeiten einfacher machen. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Business Transfer anbieten zu können und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Beginnen wir mit der ersten wichtigen Option, und zwar die Farbeinstellungen. Diese können deshalb wichtig sein, wenn man mit vielen verschiedenen SAP-Systemen arbeitet, so ist eine farbliche Unterscheidung sehr wertvoll. Wie kann ich das nun im SAP Easy Access ändern? Und zwar, indem ich im Menü, wie hier, dieses Symbol der Zahnräder, lokale Layout anpassen, drücke. Und darin gibt es nochmals die Optionen. Ich klicke diese an. Und dort gibt es im Bereich Visuelles Design die Kategorie Farbeinstellungen, Farben im System. Diese sind derzeit auf Rot und kann diese wiederum auf eine andere Farbgebung konfigurieren. Und mit Übernehmen, OK und einem anschließenden Abmelden und Anmelden, habe ich nun die neuen Farbeinstellungen. Ich führe diese kurz durch. Und habe mich nun neu angemeldet. Und wie man sieht, habe ich nun die neuen Farbeinstellungen bereits sichtbar. Kommen wir nun zur zweiten wichtigen Konfiguration. Möglicherweise hat man es vorhin schon gehört. Und zwar wird jede Aktion mit einem Sound hinterlegt. Das kann natürlich nervig sein. Und ich kann auch diese deaktivieren. Dazu wähle ich nun wiederum die Optionen in der lokalen Layout anpassen und befinde mich wiederum im selben Menü wie zuvor. Und haben wir darin die Möglichkeit, bei den Interaktionsdesigns auf die Toneinstellungen zu navigieren und dort den Haken bei Tonsignal aktivieren herauszunehmen. Ich bestätige diese und habe nun keinen Sound mehr bei jeder einzelnen Aktion. Kommen wir nun zur dritten wertvollen Option. Und zwar Transaktionscodes. Und zwar kann ich diese Anzeigen mir lassen in diesem SAP Menü. Aktuell sind diese nicht sichtbar und habe Mühe sozusagen den entsprechenden Transaktionscode für die einzelnen Bereiche zu ermitteln. Ich kann diese aktivieren, indem ich im Menü auf Zusätze, Einstellungen und dann den Haken bei Technische Namen Anzeigen aktiviere. Navigiere ich wiederum in einen bestimmten Bereich. So sehen wir nun den entsprechenden Transaktionscode. Kommen wir nun zum vierten wichtigen Tipp mit Umgang vom SAP System und zwar das Arbeiten mit Favoriten. Grundsätzlich kann ein Transaktionscode oder einen einzelnen Vorgang mit einem Rechtsklick zu den Favoriten hinzugefügt werden, wie hier zu sehen. Nun habe ich die Möglichkeit, viele Favoriten abzulegen und kann diese auch thematisch organisieren. Des Weiteren ist es auch möglich, andere oder sonstige Objekte als Favorit anzulegen. Diese können mit einem Rechtsklick auf Sonstige Objekte einfügen und anschließend erhält man eine Liste aller möglichen sonstigen Objekte, die man noch als Favorit abspeichern kann. Darüber hinaus lassen sich auch die Favoriten im Menü über Download, lokal speichern oder auch mit Kollegen teilen und diese wiederum über einen Upload in das SAP System einzuspielen. Kommen wir nun zum fünften Punkt und zwar System anzeigen und wenn ich mit vielen verschiedenen SAP Systemen arbeite, kann es schon mal passieren, dass ich feststellen möchte, auf welchem System ich mich gerade befinde und das kann ich an der unteren Leiste mit einem Klick, es kann sein, dass diese deaktiviert ist oder nicht sichtbar ist, dann muss man diese aufklappen wie hier und hat dann ein kleines Symbol, einen Pfeil nach unten und dieses bietet uns einen Überblick über das System Mandant und benutzt und so weiter. Kommen wir nun zum sechsten wichtigen Punkt und zwar die Anpassung des Datumsformats. Wenn man nun auf unterschiedlichen Systemen arbeitet, so ist es wichtig, auch das entsprechende Datumsformat auszuwählen. Dieses kann ich wie folgt ändern und zwar im System Benutzervorgaben eigene Daten. Anschließend im Bereich Festwerte habe ich die Datumsdarstellung. Diese kann ich nun beliebig ändern, als auch die Dezimaldarstellung sowie das Zeitformat. Kommen wir nun zum letzten wichtigen Punkt und zwar das Verwalten mehrerer Fenstermenüs. Ich habe die Möglichkeit, im SAP Easy Access im Menü Erzeugen Modus ein zusätzliches Fenster zu erstellen. Diese sind begrenzt, je nachdem, was der Administrator angelegt oder konfiguriert hat. Des Weiteren ist es auch möglich, einen bestimmten Vorgang zum Beispiel im Befehlsfeld anzugeben und zwar mit slash o und dann der entsprechende Transaktionscode, beispielsweise fb50. Dann wird dieser Vorgang als neues Fenster geöffnet und habe somit die Möglichkeit, parallel zu arbeiten. Wie ihr seht, könnt ihr mit diesen kleinen Tricks das Arbeiten mit SAP wesentlich vereinfachen und falls ihr Fragen dazu habt oder auch weitere Tipps, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und freue mich sehr, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.